Krieg nimmt. Doch es hinterlässt Legenden. Es hinterlässt Helden. Und Helden sterben nie. Die Allianz Energiezufuhr unterbrechen. Das wäre immer klug, sich die Ziele da vorher durchzulösen. Jaja, das sollen wir jetzt tun. Das ist nämlich extrem wichtig für die Ausführung unserer Mission. Perfekt, genau. Jaja, und unsere Mission ist Daten. Ich finde, wir sollten uns militärische Ränge geben und uns dann gegenseitig an diesen militärischen Rängen, oder wir nennen uns immer Spartan, komm, wir sind lustig. Primson, heute gestalten wir die Sache ein wenig anspruchsvoller. Wir setzen sie in einem umkämpften Allianzgebiet ab, das unsere Marines bisher nicht erobern konnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf alles schießen, was sich bewegt. Wow, diese Texturen. Wo kommt dieser Schild? Nun dann. Hab ich mir auch gerade gesagt. Kameraden! It's on. Oh, passt auf die Nader. Ein böser Grunt. Krimson braucht keinen Forschungsbericht, Miller. Sie brauchen das zum Abknallen. Oh, Mann. Ich hasse die, äh, die, 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 äh, Palmas, nicht Enders. Palmas. Sie bringt dich auf die Palme. Deswegen heißt sie Palmas. Richtig. Enders war zwar auch anders als andere, aber dennoch nicht so schlimm. Oh, Mann. Wir hatten schwer. Wisst ihr, was ich letztens gelesen habe? Ja. Nein. Dass sie die, ähm, die Schauspielerin, die Kelly in Fallout Unto Dawn gespielt hat, am Ende, die für den Cast von Halo 5, äh, aufsteckt hat. Hinter dir, Spartan Ischma. Was ist denn? Ich will das Schwert haben. Da waren böse Selbstwörder. Oh, ich hab das Schwert. Die sich umbringen wollten. Was soll die Schauspielerin tun? Die, die wurde für den Voice-Cast von Halo 5 gecastet. Echt? Oder sie da reingenommen. Oh, ja. Aber die hat doch gar kein Wort gesagt, oder? In Fallout Unto Dawn. Ja, wo ich mich gefragt habe, wie wollen sie das dann erklären? Na, egal. Wem der Schlacht um Reach gelesen hat. Oder unserem Hörbuch folgt. Wo hast du das denn gesagt? Knopf drücken. Ähm, ich hab so einen Artikel von irgendeiner Halo-Seite auf Facebook. Boah, wirklich smart, herrnz. Der hat dich zum Commander erinnert. Ich glaube, Beyond Entertainment war das sogar. Wie ist das possible? Beyond. Nein. Ja, das ist ja so. Mein Aim ist semi-schlecht. Boah, ich geh drauf, ich geh drauf. Oh, ich bin one-shot. Oh, ich bin one-shot. Hier liegt ein DMA für jeden, der es braucht. Hier hinten. Wo? Last. Äh, wo? Warte. I need ammunition. Hier. Hier, 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 hier. Ah, hier ist Munition. Ich kümmer mich um die Elitenwände. Das ist recht toll. Mit dem Stamm. Ah, aber hier ist sogar eine Munition. Boah, hier kommen scheiße viele Gegner. Oh, Gott. Nein, Spartan Ischmar. Er ist von uns gegen ihn. Okay, äh, ich glaube, Heldenhaft ist schon ziemlich gut gewählt. Was denn? Ach, das geht schon. Okay. Gut, ich hab mich vielleicht auch nicht an uns geblieben. De-activate! Tchouu! Du hast dich nicht taktisch mit uns zurückgezogen. Weil meine fäsche Animation war jetzt nicht da. Du nimmst auf, Spartan Ischmar. So drücke er den Knopf. Hier sind Snipers, also. Die volle Animation zum Vorschein kommt. Ein Beam-Rifle, wenn er will. Ja, wow, die Animation. Die Animation, ich hab schon eine TMA. Huch, Knöpfe drücken. Oh cool, ich nimm das Rüstung. Die zappen Energie von den Gebäuden ab. Die zappen Energie von den Gebäuden ab. Oh shit, oh shit, da drüben ist ein Sniper, da drüben ist ein Sniper, da drüben ist ein Sniper. Welche Gebäude? Ah, ah, ich sterbe. Oh man, wie so... Oh, da hängt eine Elite am Geschütz des Phantoms. Das geht ja nicht. Oh Gott, holt mal einer den Sniper da. Er ist tot. Ja, wo ist der denn? Er ist weg, er ist tot. Da liegt aber auf jeden Fall ein Flakgeschütz da unten. Elite, wandern Elite. Achtung, Spankhans. Ah. Da sind ziemlich viele Schakale hinten. Hier ist noch ein neues Beam Rifle auf jeden Fall hier unten. Und ein Flakgeschütz. Oh, da ist ein Elite mit Schwert, der Drop. Ich hab ihn. Ich hab ihn noch gefragt. Ich hab ihn noch gefragt. Sind alle nicht gestorben, halte ich für ein Gerücht. Ich hab ihn noch nicht gemacht. Hohohohohohoho. Ähm. Uh. Ja. Ah, hier. Da ist noch ein Schwert. Es hat mir immer angelegt. Ja, natürlich. Commander Palmer. Oh nein, da ist so ein mega sinnvolles Fagpw. Oh shit, da sind noch Sniper im L.A. Viele. Oh shit. Oh shit. Okay, sehr schön. Oh fuck. Oh, hinter dir. Er hat ein Schwert. Aber gut, dass er... Oh Gott, noch ein Sniper. Gut, dass er dich vorher noch mal beleidigen musste, bevor er auf den Weg zu dir war. Mensch, blablablablabla. Ich werde dir jetzt so hässliche Worte an den Kopf werfen, bevor ich dich ersteche. Oh shit, oh shit. Da hängt irgendwo wieder Sniper rum. Da oben. Oh, Waffen. Hinten auf dem Sniper. Hinten auf dem Sniper. Ich hab ne Rocket. Hier sind noch mal. Und ein Schwert. Ich weiß nicht, ob das die beste Combo ist. Boah, holt einer den Sniper von dem... Neben dem Geschütz. Ich hol mir das Geschütz, wenn's geht. Ich hab ihn. So, ich bin tot. Ah. Ich treff ihn nicht. Defensiver Ballgings. Ah, eins. Ja, jetzt. Ich hab das Geschütz. Oh, Mann ey. Da kommen Eliten, da kommen Eliten. Da kommen Eliten, da kommen Eliten. Eliten. Schön, schön getroffen. Sparta. Schauen wir mal schnell das Sniper. Oh, dich hol ich mir, du Fisch. Elite, ausschalten. Ich hab keine Schuss-Munition mehr. Oh, Gott. Oh, shit. I have a fucking problem. Es sind so viele. Man muss echt so weit hinten in Deckung bleiben wie möglich. Oh, Schwert, 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 Schwert. Okay, sehr schön. Noch mehr Eliten, Ranger. Kein Problem. Da sind noch mehr Eliten. Oh, shit. Hier unten liegt eine Munitionskiste bei mir. Spartans. Oh, da ist ein Flak Elite. Spartan, klar. Prioritätsziel Flak Elite. Flak Elite wurde eliminiert. Anders One-Shot. Ist schön. They are all dead. So, nur noch ein paar. Das sollte halt auch wohl hingehen. Äh, hingehen. Funktionieren eigentlich. Hingehen. Huhn. Ah! Aber ich hab so lange keinen Halo 4 mehr gespielt. Das ist nicht mehr schön. Sieht aber alles sehr fesch aus, wie ich finde. Das stimmt. Man muss einfach mal auf die zweite Hälfte von Spartan auf Spartan. Das ist ja noch lustiger. Und ich find das gar nicht so unlustig hier alles gerade. Ja, zu mir hat macht das echt Spaß. Ja. Ach, muss man das... Nee, da muss man dran... Alter, Spartans! Wir müssen den Knopf drücken. Wir müssen nicht alles kaputt machen. Feuer halten. Ich wär übrigens dafür, dass immer der, der aufnimmt, die Knöpfe drückt. Ich hatte aber die... Man sieht ja die Animation auch bei Psycho. In Deckung? Was passiert denn jetzt? Ja, das Ding geht hoch. Welches? Das ganze Gebäude? Wohin? Oh, Godfuck. Okay. Schön, die Erde explodiert. Ein Schlag im Zielkommando. In meinem Loch war ich sicher. Bestätig von nur alle Energiezufuhr ausgeschaltet. Tschuuu. Gute Arbeit. Crimson, auf zum Explifationspunkt und dein nach Hause. Okay. Alter, wie geil das klingt. Warte ich das mal an? Ja. Wann dir das? Der Flak? Ja, ich kenn das. Ah, ich liebe das. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, dass der gleiche Sound aufertönt, wenn du eine MP-Ladung der Plasma-Pistole in weiter Ferne schießt. Oh, ja. Wunderlicherweise. Das ist, als ob du einen Kiesel drei Kilometer von mir eine Schlucht runterwirfst. Das hat nämlich den gleichen Sound. Oh, Mann. Ich deklariere eine Gefahrensituation. Achtung, Achtung! An alle Spartans, Gefahrensituationen, Formation Alpha.